So, hallo ihr Lieben, das ist Herr Schemeier, Paterapeut, Psychotherapeut, diesmal Videoblog Grunde um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, ja, bin wieder da aus meinem Bootcamp und mein ganzer Körper ist. Oh Gott, aber ich versuche jetzt erstmal super viel geschlafen und aber mir hat irgendwie diese Luft in den Bergen total gut getan. Ich hatte so viele Allergieprobleme, das war echt gut. Und naja, aber gut, kommen wir mal zum Thema. Heute geht es um das Thema, die Angst ausgetauscht zu werden, wenn man nicht gut genug ist. Super coole Mail, ich werde heute auch, denke ich, zwei Mails machen, also später nochmal eine. Und das ist eine Fortsetzung des Videos, verlinke ich auch mal hier drunter. Ich habe mich jemand in meiner Gruppentherapie verguckt und nur heute gilt noch die 22% Aktion auf alle meine Kurse und Angebote und Sessions und ich weiß nicht was. Bis heute Abend 24 Uhr nutzt es, das dauert ja immer wieder, das gibt es ja nicht so oft im Jahr, diese Sachen. Und genau, schauen wir mal, gell? Und schauen auch gerne mal meinen Privatkanal vorbei, da mache ich momentan viele lustige Sachen. Trash-TV, stört alle Videos, Videoblogs und so weiter. Gut, Fortsetzung zum Video, ich habe mich in jemand in meiner Gruppentherapie verguckt, Retter-Themen. Lieber Christian, danke für deine Ausführungen zu meinen Fragen im Video. Ähm, ich habe mich in, ja genau, das Video habe ich ja schon genannt. Seitdem ich das Video gesehen habe, beschäftige ich mich mit folgende Fragen und ich wäre auch hier sehr an deiner Meinung interessiert. In dem Video sprichst du davon, dass ich mich sozusagen über einen Mann stelle, wenn ich ihn retten will und wenn ich glaube, dass nur ich ihm besonders gut helfen kann und ich dadurch nicht mehr auf Augenhöhe mit dem Mann bin. Genau. Meine Gedanken dazu sind, es fühlt sich auch für mich so an, dass ich mich in dem Moment überlegen fühle und es mir ein Gefühl der Macht gibt, wenn ein Mensch durch mich profitieren kann. Ist doch toll, dass du das so wahrnehmen kannst, das ist super. Also da siehst du, du sollst das auch gar nicht jetzt bewerten oder einfach nur feststellen, ah, das ist ja spannend, da ist mein Ego am Werk. Und das einfach liebevoll anschauen und mehr geht es gar nicht so. Das ist Weiterentwicklung. Jetzt auch nicht, oh, ich will mich überlegen und darf ich nicht. Ah, ist ja spannend. So ist es. Also ich will mich in dem Moment überlegen, weil es mir ein Gefühl der Macht gibt, weil er, ja, ich glaube, ich brauche das Gefühl der Überlegenheit, weil ich sonst sofort das Gefühl habe, dass der andere überlegen ist und die Führung übernimmt. Und in Beziehung, glaube ich, dem anderen etwas Besonderes bieten zu müssen, das sind, da ist jetzt inneres Kind, das sind immer, wie das so ineinander greift, ne, das finde ich so klasse. Super, dass du das so wahrnehmen kannst, echt. Ähm, zum Beispiel meinem Partner in besonderem Maße helfen zu müssen. Ja, und das sind aber genau die Sachen, also super, dass du das wahrnimmst und arbeite daran, das sind alte Gedankenstrukturen aus deiner Kindheit, ähm, die sind einfach nicht wahr, ne. Und es ist sogar das Gegenteil, es war, je mehr man denkt, man müsste dem anderen sonst was bieten, umso media kommt man irgendwie rüber und umso mehr erschafft man sich genau das, was man nicht haben will, ne, das irgendwie abgelehnt wird. Weil, weil man nicht authentisch ist, weil man nicht sagt, hey, ich bin so eine coole Socke, ich bin so einer Selbstliebe, warum soll ich mich jetzt groß verstellen für den anderen, ja, so wie ich bin, meine beste Version, das wäre jetzt ein guter Gedanke. Aber es kommt halt, ja, bei uns allen mehr oder weniger, aus der Kindheit, aus, vielleicht noch aus ganz anderen Quellen, aus dem Kollektiv, aus vielleicht Sachen, die man schon mitgenommen hat in dieses Leben, ähm, aus vor, vielleicht vor, keine Nation, ich weiß es nicht. Äh, kommen diese Themen hoch und wollen angeguckt werden und das ist das alte Täter-Opfer-Programm, ne, ich bin nicht gut genug, ich muss, äh, und der Minuspol denkt dann halt, ich bin nicht gut genug, ich muss dem anderen manipulieren, belügen, ich weiß nicht was, und der Pluspol denkt halt, ich bin nicht gut genug, ich muss ganz viel machen, aber dass er schafft genau die Realität, die du nicht haben willst, äh, dass der andere dann eben auch denkt, du bist nicht gut genug und, äh, es dann Beziehungsprobleme gibt. Jetzt ist das, wie gesagt, das ist total menschlich, aber immer wieder versuchen, so ein bisschen dran zu arbeiten und, was ich immer wieder sage in meinen Kursen, äh, dass wir jetzt Modul 2 Kontergedanken finden, ne, also, was ist ein positiver Gedanke? Ein positiver Gedanke ist, ey, Mann, wie ich wirklich bin, ist so eine coole Version von mir, dass auch anderen, die bestimmt am meisten gefallen wird, das wäre jetzt ein guter Kontergedanke. Ähm, ähm, sonst habe ich die Befürchtung, einfach ausgetauscht werden zu können, als wäre ich ein Gegenstand und als hätte ich dann keinen Nutzen, ja, das wird 1 zu 1 innere Kindererfahrung sein. Aber das ist dann wohl der falsch programmierte Liebeschip, von dem du immer sprichst, bingo, ja, 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 ja. Ähm, ja. Ich kann mir eine Beziehung auf Augenhöhe gar nicht richtig vorstellen, das ist für mich zu schön, um wahr zu sein, auch das ist ein alter Gedanke, also ein positiver, äh, guter, so ein 5D-Gedanke, wie man da so in der Spiritualität sagt, wäre, ähm, ja, ich kann alles haben, äh, es kann so, es kann alles so schön sein, wie ich es gern haben möchte. Also guckt doch immer mal gerne, das ist, glaube ich, für viele interessant, in diesen spirituellen Kurs rein, ähm, na, ist geiles Leben und Spiritualität, ähm, das bringt auch nochmal so einen anderen Schlag so rein, ne. Ähm, oder dort, die Vorstellung, dass gleichberechtigte Beziehungen möglich sind, ist für mich sehr schmerzvoll, denn wenn sie existieren, wieso musste ich in der Vergangenheit dann durch die Hölle gehen? Okay, da ist echt eine super E-Mail, da ist wirklich ganz viel drin, ähm, ja, du musst das, also letztlich weiß ich es natürlich auch nicht, aber ich, das denkt, glaube ich, jeder, wieso musste ich so durch die Beziehungshülle gehen, so, ähm, Ähm, aber, ähm, ja, also, weil du anders nicht, es ist, glaube ich, leider als Menschsein so, dass wir immer nur durch Schmerz irgendwie uns bewegen, oder meistens, nicht immer, ähm, zumindest auf bestimmten Phasen, deswegen, es scheint das so durchzugehen, dass man in Schmerz gebracht wird, und, ja, vielleicht braucht es so genau, äh, diese nicht gleichberechtigten Beziehungen, ja, so ähnlich, wie man nicht Liebe erfahren muss, um zu erfahren, was ist eigentlich Liebe, so, ne, ähm, das ist ja auch so eine Sache, ne, ähm, und, ja, letztlich weiß man es natürlich nicht, aber, also, viele, also, ich glaube, wenn wir immer uns die Hähnchen in den Mund fliegen würden, ähm, ähm, oder die, äh, Avocados für Vegetarier, äh, dann, ja, würden wir uns nicht weiterentwickeln, ne, wo, wozu irgendwie, ne, und, ja, scheinbar wollen, wollten wir das, wollten wir das, haben uns vielleicht, wir sind wirklich auch so ausgelegt mit Schwierigkeiten, vielleicht ist es jetzt, äh, schwieriger, als wir uns das vielleicht irgendwo auf Wolke 7, äh, vorgestellt haben, und wir sind gerade ein bisschen gefrustet, das ist ja auch in Ordnung, ähm, aber, ja, nee, äh, ja, so ist das, ne, und, aber du darfst jetzt in Zukunft, äh, positiv in die Zukunft gucken und sagen, nee, jetzt möchte ich aber gerne eine gleichberechtigte Beziehung haben, und das steht mir auch zu, ja, und, ähm, ähm, ich möchte nicht mehr durch diese Schmerzen gehen, ne, will ich einfach nicht mehr, ich, ich klinke mich da einfach aus, aus dem Drama, so, ne, ist auch eine Entscheidung, so, ne, ähm, bisher hatte ich den Glaubenssatz, dass das Leben eben schwer ist, ja, das ist ein Glaubenssatz, genau, und, äh, äh, Beziehungen sehr konfliktreich sind, und wir Menschen die Aufgabe haben, diese zu bewältigen und uns durchzukämpfen, äh, ja, sicherlich, ähm, ist das Leben manchmal, ist, also gerade in diesen Zeiten ist es nicht leicht, ne, ich, äh, natürlich, aber wir müssen, ich glaube schon, dass wir immer wieder versuchen können, eine höhere Schwingung irgendwie abzurufen, ne, eine höhere Schwingung ist immer eine von weniger Drama, äh, lockerer bleiben, Dinge nicht so ernst nehmen, drüber lachen, ähm, das mit dem, mit dem Lachen angucken, was da gerade wieder alles Verrücktes passiert, das, und dann gehst du in eine höhere Schwingung, und dann, meiner Ansicht nach, kreierst du dir dann auch wiederum eine positive Realität, selbst in diesem ganzen Chaos, ne, ähm, so, der Gedanke, dass es auch ganz unkomplizierte, schöne Beziehungen gibt, ist erschreckend für mich, na, freu dich drauf, weil das alles, was in meiner Vergangenheit passiert ist, ja so sinnlos erscheinen lässt, ne, ist es eben nicht sinnlos, weil, wie soll ich mal sagen, das ist, ohne deine Vergangenheit wäre dieser, diese Aha-Erlebnisse, die du jetzt hast, wenn, einfach nicht möglich gewesen, ne, aber letzten Endes, warum und wieso wir hier auf diesem Crazy-Planeten sind, ich habe ja auch ganz oft das Gefühl, die haben mich versehentlich beim Falschen abgeworfen, also, äh, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, verstehe ich total irgendwie, aber ich denke, dass, dass der Sinn liegt darin in dieser Entwicklung, ne, irgendwie möchte ich sogar meinen Kampfmodus beibehalten, weil sonst hätte ich mich die letzten Jahre ja umsonst abgekämpft, auch wenn das ein wenig absurd klingt. Ja, das ist jetzt, äh, Täter-Opfer-Beziehung, das ist eine neue Beziehung, ne, das ist genau, äh, dass du mit einem bei einem alten und mit einem bei einem neuen stehst und du kannst dir jetzt jeden Tag entscheiden, möchtest du wieder kämpfen, das ist das alte Modell, ne, das Täter-Opfer-Modell, möchtest du wieder kämpfen oder möchtest du in so, ja, äh, in Leichtigkeit und, und, äh, ja, in echte Liebe gehen und sagen, nee, ich lege die Waffen nieder, ich kämpfe nicht mehr, ich, äh, und mehr in so einen Modus gehen von Empfang, ich empfange, ich, ich bekomme, ich, ich bekomme geschenkt, ich, äh, es entwickelt sich, dass, das, das, auch das kannst du mit deinen Gedanken positiv beeinflussen, indem du eben solche Gedanken denkst, ne. In dem Video ging es ja auch darum, was, dass mir stabile Männer Angst machen, ich habe in meiner Kindheit derart wenig Zuwendung von meinem Vater bekommen, dass mich das Maß der Zuwendung eines stabilen Mannes förmlich erschlägt, also das ist auch so ein großartiger Satz, weil, ähm, ja, ähm, das ist ja, was ich immer wieder sage, auch im Pluspol gibt es eine Angst vor Intimität, ne. Das ist total schockierend, wenn man einen Partner hat, der wirklich da ist plötzlich, ne. Das ist doch gar nicht gewöhnt irgendwie, ne. Ich habe in diesem Zusammenhang auch ein starkes Rücksichtsverhalten und erziehe dann dadurch wieder meinem Partner die Zuwendung. Ja, das wäre wieder Modul 4 jetzt hier, oder habe ich aber auch im Video zugemacht, diese drei Formen der Co-Abhängigkeit, da bist du in diesem, äh, Modus 2, Co-Abhängige Bindungsangst, ja, das nimm es wahr, in Liebe, ähm, ähm, und sag dir mal wieder, es muss nicht so weitergehen, ne, und es nur, weil sich dieses Alte so vertraut anfühlt, das ist immer das Problem, das fühlt sich so vertraut an, du kennst das, ne, das ist deine Kindheitserinnerung, ne, das ist, äh, und, und du möchtest dieses Vertrautheitsgefühl nicht aufgeben, aber das musst du, du musst was Neues als vertraut empfinden, und, ähm, dann jetzt sind dann wieder andere Sachen gefragt, wenn du dann statt jemanden hast oder hättest, geht es eben wieder darum, sich abzugrenzen, ne, dann brauchst du eben die Tools wieder, so, ne. Aus diesen Gründen bin ich schon ein sehr langes Dingel, ja, das ist wirklich dieser Modus 2, ne, ich habe die Befürchtung, einem Mann nicht das geben zu können, was er bräuchte, auch das, wieso musst du dem anderen irgendwas geben, es geht ja darum, dass ihr einfach zusammen da seid in der Beziehung, ne, also natürlich gibt man sich da auch was, aber, äh, das ist wieder so ein Gedanke, du bist nicht gut genug, aber du bist gut genug, das ist einfach so, ihr ist gut genug, ne, und du musst es nur glauben irgendwie, ne, dann kann sich auch im Außen das ändern. Meine Mutter musste ja Leben lang die schweren psychischen Probleme meines Vaters ertragen, ne, das musste sie auch nicht, also, auf einer übergeordneten Ebene musste sie das nicht, vielleicht war das für sie in ihrem Leben eine Wahl, äh, was heißt eine Wahl, also, ein Weg, aus irgendwelchen Gründen, den sie gegangen ist, vielleicht hätte sie auch in einen anderen gehen können, aber sie musste es nicht, würde ich mal sagen. Aber, die Generation vor uns war eben noch viel mehr so in Täter-Opfer-Beziehungen und 3D, also, aber ist nicht dein Problem, du sollst sich um dich kümmern, nicht um deine Mutter, ne, ich möchte das einem potenziellen Partner von mir ersparen, äh, also, 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 du wärst aber doch eher deine Mutter als dein Vater, oder nicht, also, was würdest du denn deinem Partner ersparen, du solltest dir ersparen, so einen Mann zu daten, das würde ich richtig finden. Hast du jetzt so einen Rat für mich, wie ich aus diesen Gedankenschleifen aussteigen könnte? Ja, äh, denk, also, jetzt hat sich jetzt total bescheuert, aber denk einfach andere Gedanken. Sagt dieser Gedankenschleifen, nee, also, das ist natürlich wie so eine Bahn, du dir immer wieder fährst, aber, nee, heute fahr ich mal eine andere Bahn. Heute denke ich mal, ach, das Leben ist leicht und luftig, wie ein Schmetterling, und alles fliegt mir zu, und dann sagt man natürlich deinem Verstand sagen, nein, 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 das war noch nie so, ist nicht so, nein, äh, aber probier's doch mal. Und, äh, es sind natürlich immer so Baby-Steps, die man da macht, aber das geht dir nicht anders, ähm, wo man es einem phasenweise gelingt, vielleicht mal für fünf Minuten da auszusteigen, und du wirst dann aber auch relativ schnell merken, je mehr du da aussteigst, dass das Leben dir auch anders gegenüber tritt, und dann daraus kriegt man dann die Motivation, es noch mehr zu machen, so, ne. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020